Henkel hat im ersten Halbjahr 2024 eine sehr gute Geschäftsentwicklung gezeigt. Wir erzielten eine gute organische Umsatzentwicklung und konnten das Ergebnis sehr stark verbessern. Der Konzernumsatz stieg auf rund 11 Milliarden Euro, ein gutes organisches Wachstum von 2,9 Prozent. Besonders erfreulich ist, dass dies von beiden Unternehmensbereichen, Adhesive Technologies und Consumer Brands getragen war. Unser bereinigtes betriebliches Ergebnis stieg auf 1,6 Milliarden Euro. Das ist ein deutliches Plus von 28,4 Prozent und die bereinigte Ebit-Marge haben wir sehr stark verbessert auf 14,9 Prozent. Das ist etwa 3,5 Prozentpunkte besser als im Vorjahreszeitraum. Und das bereinigte Ergebnis, je Vorzugsaktie erhöhte sich um rund ein Drittel auf 2,78 Euro bei konstanten Wechselkursen, wirklich hervorragend. Zugleich haben wir weiter erheblich in unsere Geschäfte und unsere Zukunft investiert, in unsere Marken, Technologien und Innovationen. Und wir haben wichtige Initiativen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung umgesetzt. Das wird unseren Wettbewerbsvorteil weiter verbessern. Nach dieser starken Leistung haben wir Mitte Juli erneut unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Unsere Ergebnisse und unser aktualisierter Ausblick zeigen deutlich. Wir liefern, was wir angekündigt haben und wir machen es sogar noch besser. Wir sind nun zuversichtlich, dass wir unsere mittel- bis langfristigen Umsatz- und Ergebnisziele jetzt bereits mittelfristig erreichen werden. Wir haben eine klare Strategie. Wir haben ein hervorragendes globales Team, mit dem wir unsere Agenda für ganzheitliches Wachstum vorantreiben. Dafür möchte ich mich bei allen Henkellanern bedanken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist vor allem euer Erfolg.